Es ist Montag, 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Ein blinder Mann geht mit seinem Hund in ein Einkaufszentrum. Er geht mitten in den Mall, stellt sich dort hin, hat den Hund an seiner Leine und beginnt diesen, wie wild, um sich zu schwingen, über den Kopf, beginnt er den Hund zu ruhtieren. Immer schneller und immer schneller. Die Leute sind schon ganz verdutzt und plötzlich kommt einer der Verkäufer und sagt, entschuldigen Sie, kann ich Ihnen helfen, warum schwingen Sie Ihren Hund über den Kopf? Und sagt der Blinder, ach nein, nein, ist alles okay, ich möchte mich nur umschauen. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Er starnt wieder von Boris Trinkler. Ich hoffe, ihr habt einen Spaß damit. Ich hab ihn auf jeden Fall. Wenn er euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da und ihr seid nächste Woche wieder dabei. Aber auf jeden Fall, erzählt ihn weiter und habt einen guten Start in die Woche damit. Bis dahin. Baba. Na. Auf jeden Fall. Na. 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 Na... Na. Na na. 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 Na na. Na.